Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Gameplay, heute zusammen mit Michel und dem Ducky, Entschuldigung, muss ich jetzt springen? Ducky Power! Ducky Power, nice. Also einer markiert Towers, einer Prison Break und einer Snoopy Ford. Michel, du bist sowas von sterben, irgendwer stirbt hier. Prison Break, ich bin auch dafür. Am übrigen, Dark Fighter, ich und Michel hatten vorhin eine kleine Debatte wegen, der sagt den Spitznamen und ich habe einen, der gefällt dir gar nicht. Und zwar Michi, gefällt dir gar nicht. Entschuldigung, Michel, aber Friends halten zusammen. Bitte bleib bei Michel, bitte. Ja, ich bleib auch bei Michel. Oh, danke schön. Michel, 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 Michel. Ich bleib, ich bleib, ich nenne mich Michi, Michel oder Michel. Also rechne mit Bayern. Ich suche es mir aber spontan aus. Hier kommen Typen mit uns. Typen, wo denn? Typen, rechts, links, geradeaus. Bei mir heißt es unten. Ja, 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 drehen ab. Hier, kleines Müllhaus. Da ist einer unten, Mitchell. Spring runter und töte den. Töte den einen. Der ist direkt unter dir. Er läuft durch den Tunnel. Durch den Tunnel des Todes. Töte ihn. Töte ihn. Ihr landet da, ich spawn woanders, beziehungsweise ich hole mir mal woanders Weapons. Als ob noch 94 Leute leben. Nein, wo ist er hin? Er steckt behindert. Boah, ist er hin. Am Anfang ist eine Pistole nicht schlecht. Wenn man keine andere Wahl hat. Also. Hä? Hä? Sagt mir bitte nicht, dass einer von euch schon tot ist. Ne. Das ist gut. Ich auch. Oh. 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 Du scheiße. Du scheiße. Typ war ja. Der hat gerade einen Pumpgang gefunden, ne? Und ich mit meinem Scheißschall gedämpft, ne? Das erinnert mich an, das erinnert mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, ihr Kacknoobs. Ihr scheißnoobs. Also ich rassier. Mach, 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 mach. Das ist noch einer Hilfe. Ich bin so inkompetent an die Kacktour zu kommen. Ich hab grad ein ganzes fucking Team ausgelöscht. Ihr Moinsen. Ja scheißnoobs. Obwohl, ne. Einer lebt. Noch einer. Oh Gott, Mitchell. Du. Nein. Ich dachte mir grad so. Fünffachkill und dann so. Und dann kommt der Mitchell so um die Ecke. Und ich dachte mir nur. Fuck. Bitte jetzt nicht. Äh, der ist hier oben. Ich kann euch jetzt helfen. Ah, ich hab mal. Äh. Dark Fighter, alter Spruch. Ich hab jetzt ne Waffe. Äh. Wo seid ihr denn? Ja, ich bin fast tot, oh boy. Ja, ich komme, ich komme. Ach, der Retter ist auf dem Weg. Achso, Mitchell, komm her. Mitchell. Also, Leute, an die Spitznamen Mitchell gewöhnen. Ich hab mir pack für dich. Nimm's doch selber. Michi. Ich hab doch eins für dich. Ich hab doch eins für dich. Sauber gemacht, Michi. Ich hab zwei von dem einen Typen bekommen. Äh, hier. Das waren zwei Teams, die hier gelandet sind. Also. Also, ich hab eins. Ich muss mich grad triggern. Entschuldigung, ich muss triggern, ne. Ich leg ihr da so extra, ganz freundlich noch so ein Ding. Hallo. Ich hab dich grad getriggert, Alter. 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 Du schreckst mich. Du schreckst mich. 4, direkt zum Anfang. Easy. Ich hab keinen, aber ich bin auch nicht fast tot. Ich bin auch fast nicht tot. Mittel. Hast du Muni? Nein. Ich bin Muni-Kleiterin. Das Spiel verflucht mich. Nein. Nein. Ja. So. Doppel, Doppelbarrikade errichtet. Taktische Pumpe. Ist hier alles gelootet? Äh, das größte Teil ja. Noch nicht alles. Muss gucken. Ah, jawoll. Weil ich benötige noch ein bisschen Waffeln. Ein paar Waffeln. Ein paar bisschen Waffeln. Ah, Idee. So. Das besser als dat hier. Wat war dat? Mitchell. Hebe sie dir auf für später. Mitchell und Darkie fangen an sich zu trollen, okay? Kindergarten. Sperrt euch hier am besten ein, dann könnt ihr euch trollen. Das größte Kindergartenkind. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich denke immer du hast diesen äh, Skin für gratis äh, für PS Plus gratis äh, diesen gratis kinder. Aber dabei, normalerweise hatten wir immer M. Leon, deswegen dachte ich jetzt du bist M. Leon, äh, nicht M. Leon. Und dass wir gedacht, ich hatte ein bisschen Zeit. Das hat gar keinen Sinn gemacht, aber egal. Ja. Mitchell, du kriegst mich hier nicht weg. Scheiße. Das wird so die komplette Trollrunde, ich merk's schon. Leute, wir müssen los. Mitchell, gib mir mal ein bisschen Muni. Den wir schon alles. Alter, mir gefallen eure Spitznamen. Ähm. Ja, bei dir kann man leider keinen Spitznamen einführen. Wer hat dir die letzten zwei Runden zwei Skars, ey? Ey. Ne. Ah, richtig. Da war ja was. Du musst wissen, wir haben so ein paar Runden gespielt. Ich weiß, du hast direkt zwei Runden, zwei Runden direkt eiskalt eine goldene Skar bekommen. Ich weiß. Ich weiß, ich hab sie ja angeboten. Wollen wir da halten bei der Hölle? Halte wir bei Einzülle. Ich hab kaum Schuss. Ich auch. Und ich hab Granaten. Leider nur drei. Aber die brauche ich eh nicht. Die würde ich dann wahrscheinlich eh reinschmeißen. Alter. Jetzt fängt Michi mich auch an zu trollen. Das war die letzte. Das ist gut Michi. Ja, ich kann mitzählen. Also ich weiß, was es die letzte war. Hä? Meiner läuft immer weiter. Warum? Ah, ich nehm mal die Verbände mit. Ach fuck, die hab ich schon. Das kann nicht sein. Na gut, ich tausche sie hier gegen. Ich brauch Muni. Ich brauch Muni. Ich nur minimal. Aber ich hatte auch schon mal ne Runde. Da hatte ich nach nem Kill 625 Munition für so ein Sturmgewehr. Alter. Das war schon zig. Das war schon zig. Dieser golden wertige Anfang ne. Directly Feel Kills. Und? Hast du dein Schild auch richtig rumgedreht, Omega? Achso. Ähm. Nein, ich hab's gar nicht hängen. Ich hab's gar nicht hängen. Merke ich grad scheiße. Ja, machen die. Wir machen die da schon. Und du ignorierst es einfach. Was denn los ist bei dir? Ey, Joom ist ne Sniper. Brauche ich schnell. Ich hab' eben extrem verschissen damit. Ich kann mit den Dingern einfach nicht zielen. No skill. Ich hab' mit den Muni. I know. Ey, boy. Irgendwer schreibt hier die ganze Zeit auf Discord. Was passiert, wenn man in vielen Gruppen ist? Ja, das kann dir nicht passieren. Schrottsmonie brauche ich. Ich hab' selber eine Schrotze. Also ich kann dir leider nichts abgeben. Hier ist ein grünes Sturmgewehr. Sturmgewehr normal. Grün. Ja, normal. Grün. Hier ist noch eins. Okay, ich nehm' eins, weil ich hab' das nur in äh, Standard Grau. Ich auch. Rein geht's. Nein! Oh Mann! Das ist hier unten. Ich hab' so das Pech. Ich fall' immer. Ich bin jetzt schon wie oft runtergefallen. Weiß' nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ich hab' so ein bisschen Schrotzenmonie. Wenn jemand Schrotzenmonie hat, gib' bitte mir. Hier liegt's. Hier lag übrigens Schrotzenmonie. Guck mal, wir haben einen Ska aus Omega. Ja, geil! Mitchell, was hast du für einen Ska? Er weh! Er weh! Er don't walk with us, boy. Ach, hast du auch Gold? Ja! Oh Mann! Alter, jetzt sind wir schon die Goldtruppe und ich bin der einzige hier, der keine einzige verfickte Goldwaffe hat. Ja. Himmelsleiter! Jawoll! Mein Job! Heiznimm uns. Heiznimm uns. Heiznimm uns. Leute, ich bin blind. Wo? Bei Satisfreece. Wo? Satisfreece. Wo, wo bei Satisfreece? Wo bei Satisfreece. Mann, das funktioniert nicht. Wie bekommt man so eine Himmelsleiter weg? Wisst ihr das? Der rennt in... zum Haus. Mit schöner Angriff. Zugriff. Angriff, Zugriff. Alle auf die... zwei Leute von oben, einer von unten. Da hat eine kleine Kombi. Wo ist denn der? Der ist hier im Haus. Echt? Hä? Wir wechseln da die ganze Zeit die Waffen. Hä? Wo ist der? Sind wir bescheuert oder sind wir bescheuert? Ja. Also wir sind bescheuert, das weiß ich aber. Hä? 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 Wo war der Korreler? Hä? Ja, ich weiß. Wo ist er denn? Hä? No plan. Na mach mal bitte die Menschleiter kaputt, danke. Jawoll. Wo ist er? Ich hab' hier und draufstehen müssen, dann wär's perfekt gewesen. Da hat schon hundert pro einer ein Jumppad gehabt. Ey, sag bitte, da war noch einer drauf. Sherlock Holmes, Mensch, da wäre ich ja nicht drauf gekommen, dass da jemand ein Jumppad verwendet. Ah ne, Watson, sorry. Äh, Watson. Was willst du denn als mit deinem Watson? Ich brauch' Schrotzenmonie. Ich hab' sie mit uns waren sich. Hä? Schön, ich kann nicht mal meine Pumpgun nachladen. Äh, geil. Wirklich meine Pumpgun, da fehlt ein Dreischuss. Bei meiner taktischen fehlt ein Schuss. Und ich kann nicht nur beides machen. Ich bekomme auch bald ein neues Spiel. Seht was ich kann's mir kaufen. Die Mitchell weiß hier, von was ich rede. Ich auch. Echt? Ihr auch, ja. Woher denn das? Mr. Hunter. Ja, würde ich mir mal gesagt hast. Mr. Hunter, mach's ein auf Monster Hunter, ne? Genau. Ich hab' nämlich genug Geld jetzt endlich mal wieder, um's mir zu holen, weil mein Vater so gnädig war und mir 50 Euro gegeben hat. Oh, das war eine schlechte Idee. Größter Ehrenmann. Ist echt so. Ich dachte, ich bin größter Ehrenmann von gestern. Ja, von gestern, aber aktuell ist es mein Vater. Ja, also du bist bei mir auf keinen Fall Ehrenmann. Du weißt, was in der Schule passiert ist. Na. Ach, Mano. Scheiße. Alle. Mitchell weiß es auch schon, ja? Also. Oh, fuck. Ups, sorry. Ups, I did it again. Kaputter Battle Bus. Schneidest du das Video? Äh. Eventuell, eventuell, ne. Oh. Schneid deine scheiß Videos, Alter. Warum? Sag's ja. Ja, wenn du so ungeschnitten alles rennen lässt, dann erstens ist der Part saulange. Zweitens, es gibt weniger Klicks. Also ich würde mir, glaube, keinen 45 Minuten Video, wo zwei Runden vorne drin sind angucken. Ich gucke, ich spiele ja keine zwei Runden, hatte ich nicht vor. Ich täte aber eine Runde reicht, weil eine Runde ist schon ziemlich lang. Ich glaube, da wurde ein bisschen was aufgeräumt, Alter. Ähm. Ja, ähm. Sieht nicht gerade aus, als wäre ich eine Bombe hochgegangen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Wie sind wir denn da noch vor uns? In ein Haus? In ein Haus. In ein Hurt. Ey, die haben hier eine Kiste da gelassen. Danke. I love you. I love you. I think you very much for this present. Da lege ich meinen Schrotz weg. Was hast du denn gefunden? Oh, fuck with me, boy. Was hast du denn gefunden? Impulsgranaten. Oh, nee. Du lebst noch nie gelernt. Ach, jetzt hör auf, nee. Please don't fuck with me. Nein, nein. Nee. Vor uns im Haus sind welche, nennst du irgendwo? Ah. Ja, wie schön, dass da welche sind. Ich habe aber gerade meinen Spaß gehabt. Oh. Nein. I think they have sniper. I think they have a... You think they have a... You think they have a... Ich denke mal, ich weiß es. Deine ist ausgenockt. Deine ist ausgenockt. Einer ist auch noch ausgenockt. Deine ist totgenau. Einer habe ich getötet. Äh, pushen. Wir müssen eh langsam in die Richtung. Jawoll. Ah. Das ist noch einer da oben im Haus. Kill den, kill den. Darf weiter Druck machen. Ich komm mit. Ah. Hallo. Kann mir mal bitte jemanden revifen? Vorsicht, da ist noch einer. Der krallt sich den Loot. Sauber gemacht. So, und jetzt... Loot holen. Jawoll. Ah. Ach, hinter dir baut sich einer hoch. Da baut sich einer hoch bei W. Der ist abgehauen. Abgedampft. Abgehauen. Weg. Hallo. Ich will auch was. Jetzt geh ich weg aus. Ich hab's mir verdient. Danke, fuck um mich. Ja, gut. Ja, okay. Ah, ich hab nötig ja beschnallt. Ah, haha. Das ist so behindert. Äh. Ah. Guck mal, hat's nicht Mitchell abbekommen. Ah, nein. Die Zone bewegt sich schon wieder. Ich bin gleich tot. Wir sollten langsam pushen. Ich glaub wir sind genau so schnell wie die Zone. Los, Sherlock. Aber wir sind eigentlich schneller als die Zone. Ähm. Ero schlau. Welche? Ja. Und da ist ein Lootrollung. Ein Lootrollung. Ein Lootrollung. Ich ist am 3. Ähm. Darum hab ich das Pech und werde in letzter Zeit so oft getötet. Ich hab grad wieder so richtig Pech. Lass dich von der Zone killen. Wir reviven dich und dann äh, kannst du ja wieder die 30 HP Weste und dann kannst du die Verbände von mir aus haben. Oder hast du mir die Pack? Nein. Nein. Ich hab nur die Verbände. Ey. Wenn, 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 wenn es richtig glücklich läuft. Ich bin nicht sicher. Wenn es richtig glücklich läuft, dann gewinnen wir sogar die Round. Was ich jetzt aber eher weniger glaube. Ich glaub wir sterben wieder als eine der letzten Teams. 200, 200er bauen sich welche? Oh, 200. Ich komm mal kurz, kannst du ein bisschen rücken. Ich würde auch gerne in den Busch. Na toll. Du hast Batke. Ja. Jetzt machen wir unseren Busch. Kuscheln. 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 Da hinten. I go on the top of the house. Sherlock. Ich folge dir. Ne, Watson. Ich folge dir. Da hinten kommen ein paar. Ich hab den einen angehettet. Ja, gut. Komm schnell zurück. Komm schnell zurück. Komm schnell zurück. Haben die mich gesehen? Ah, ein laufender Busch ist nicht grad unauffällig. Okay, das heißt, ab wieder ins Haus. Nein, das heißt, erst mal ab in die Zone. Ich, ich hab aber Angst. Ich hab aber einen goldenen Granatwerfer. Das ist auch neu. Ähm, von Süden waren noch irgendwelche auf dem Berg. Ich weiß, ich weiß. Habe ich doch gesagt? 200. Ja. Ich hab aber Angst. Sherlock Holmes, meine Damen und Herren. Wo seid ihr? Wo bist du? Ich bin hier hinten in der Zone. Oh. Oh Gott, boy. Ich bin am Mann. Ich bin mitmücher am Rand der Zone. Ich glaube, wir sollten zu dem Dully hin. Ja. Sind schon unterwegs. Ich hab nur gecheckt, ob da einer ist. Die Retter kommen. Die Retter in letzter Not. Da ist einer hier vorne. Ich sag's nur mal. Hier ist keiner auf dem... Bei dir ist jemand? Ja. Habt ihr ihn klatschen oder? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei sterbe, ist ziemlich hoch. Bitte? Wenn der 100 Schild hat. Wenn der 100 Schild hat. Wenn wir ihn alle zu dritt klatschen. Ähm. Ja. Wenn ich nicht direkt davor sterbe. Dann? Das war so ein... Das war so ein... Diese Busch-Aktion, ey, Leute, die ist so geil. Einfach rumsitzen und nix tun. Er ist der Busch. Wo sind der jetzt bei dir? Ich hab den gesehen, der war hier vorne irgendwo und wieder ist der da oder der ist weitergelaufen. Wo berufst du überhaupt? Ich sitz hier vorne. Ja. Da irgendwo. Ich sag da einfach nur. Oh. Das ist tatsächlich einer. Oh. Nein. Ach, da oben. Danke, dass du mich so professionell vorwarnst, ne? Ja, sorry. Sorry, Leute. Da oben sitzt. Weiter links, boy. Längs, 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 da hinten sind welche. Okay, weil ich bewege mich nur vorsichtig, weil ich nicht will, dass meine Tarnung aufliegt. Busch-Nin hier. Boy. Hallo. Da ist einer. Oh, wie viele haben auf mich geballert? Zwei. Danke. Ich hab nur einen gesehen, sorry. I love you too, boy. I love you too. Konntest du mir aber nicht glauben. Don't fuck with me. Also, außer uns leben noch fünf Leute. Das bedeutet, das bedeutet eventuell noch ein Zweierteam oder ein Dreierteam oder ein Viererteam und einer. Wenn ich das jetzt nicht richtig verkackt hab, dann waren das zwei, also ein Zweierteam, ein Dreierteam und ihr. Okay, das ist gut. Ihr und zwei andere, oder? Doch. Ihr zwei und, äh. Dann bleibe ich mal ans Busch. Ja. Mitchell, der war da vorne, der ist da grad rumgeraten, aber er sämt zu der anderen Ding. Ja, ich hab's gesehen. Ey, kommt nur einer zu mir. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich nehm die Schrot, beziehungsweise die Pumpkin. Die ich übrigens by the way nachladen muss. Auch geil. Ja, Genius. Lol, ähm. Was ist die? Ich hab sechs Kids, Boys. Ich hab null. GG. Mitchell zwei. Omega null. Und ich hab eiskalte sechs. Ey Leute, wo sind die? In der Zone, würde ich mal meinen. Kann doch stehen, boy. Guck du meinst rechts. Warum doch da. Und du läufst einfach so eiskalt als Busch weiter. Ach, boy. Vor allem sehr unauffällig. Die hätten da die ganze Zeit hingucken können, ne? Baller ihn ab, baller ihn ab. Du kannst direkt runterfeuern. Hä, ich dachte, du hast einen goldenen Raketenwerfer. Nein, ich hab Granatwerfer gesagt. Ah. Ah. Oh, ne. Oh, ne. Oh, das wird scheiße, ne? Hellig, hellig. Mitchell hat den einen ausgenockt, glaube. Oder? Easy. Guck mal. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ja, Mitchell bitte. Ansonsten ist unsere letzte Hoffnung auf ihm. Und das geht nicht durch die Zeit. Jaaaa. Hu. Geil. Ich hab nix gemacht. Ja. Ich hab ein Leben. Einen. Ich hab null Kills, aber das ist mir egal. So, Leute. Das war's. Wir haben einen epischen Sieg, Freunde. Das ist ein... So kann man hier perfekt aufhören. Ja, geil. Ich und Mitchell carry'n dich gerne. Ja, ich hab natürlich leider fast nichts gemacht, aber... Das ist scheißegal. Ja, wir haben einen Sieg. Und, ja, das will schon was heißen. Und, ja, gut, damit war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall komplett zufrieden mit dem Ergebnis. Und, ähm, ich bedanke mich bei Mitchell und Daki, dass ihr mitgespielt habt. Daki! Und, ähm, ja, Freunde, ich schätze mal, am Freitag, äh, kommt drauf an, ob Pro Neon da was macht. Notfalls, äh, frage ich ihn halt nochmal. Dann machen wir mal wieder ein Fortnite-Stream. Auch hier wahrscheinlich mit Daki, Mitchell und vielleicht auch mit einem Leon oder so. Kein Plan. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, morgen kommt das spezielle Video. Achso, warte, das hab ich ja noch gar nicht gesagt. Ähm, das war in einem anderen Video. Naja, egal. Wie schon gesagt, morgen kommt ein Special... Willst du mich verraschen? Morgen kommt ein Special-Video und, ähm... Lululu. Ja. Ja. Und, ich würde sagen, von daher... Was ist das Special-Video? Ja, das verrate ich nicht, das ist ja Special, deswegen gibt's das morgen. Und bevor ihr Billions uns K.O. danzt, würde ich sagen... Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.